Leute, was geht? Hier ist LandiAD wieder am Start mit Half-Life 2 Episode 2 Part 18. In diesem Teil wird es darum gehen, dass ich ganz schön viele Strider bekämpfen muss, wo ich auch, wo ich das zum allerersten Mal durchgespielt habe, richtige Wut anfälle, manchmal echt hatte. Ich konnte nahtu gar nicht mehr. Das war so scheiße. Mal ein Spiel einsteigen. Und ich esse gerade nebenbei ein paar Pommes. Ach, ich brauche auch. Schmeckt geil. Schön gebürt. Und wir können den Start vergessen. Und falls Strider nicht schlimm genug sind, die Aufklärung sagt, dass sie von Jägergruppen begleitet werden. Okay, ich möchte jetzt... Achtung! Ein Dringling am Nordperimeter. Ein Strider kommt aus Richtung der Kräne. Oh Gott! Verteidigungsstellung! Los! Ey! Kitter! Es geht los! Alle bereit! Wir müssen hier arbeiten! Deckert! Legt die Abwehr und Freeman sie erledigt! Oh Mann! Das wird übel! Hey! Konzentriert euch! Geht in Deck und schießt! Freeman macht einen schweren Arbeiten! Oh, Freeman! Sieht zu da! Ja komm! Ja komm! Ja komm! Taah! Voll getrollt! Mann! Ja zerregter! Äh! Alter Ah, geht doch Wo? Waaat? Maaan Ah, es wird nicht leicht, maaan Geht doch Entschuldigung Ah, diese Reizhusten sind immer noch nicht weg Sieht aus, als ob die Strider Jäger dabei haben Die arbeiten zusammen Komm, fahr Jetzt Strider auf Richtung Wasserturm Wir brauchen mehr Medikids Na, gut Wieder genug Munition erstmal gesammelt Ja, Medikids Ja, gut Oh 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 Oh, 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 oh. Er darf auch die ganzen Männer hier töten, ey. Alarm! Ein Strider dricks zur Basis-Wort! Jawoll! Geschafft! Nein, nicht ganz geschafft. Es sind noch ein paar hier. Noch ein Strider in Richtung des ehemaligen Sägewerks. Mann. So. Jawoll, weggeholzt, das Mistvieh. Du Mistgruppe! Du Mistgruppe! Mann! Wo?! Mann! Alter! Mann! 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 Soche Leute! Ab hier ist Part... Äh, 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 18. Oder, oder dieser Part ist zu Ende. Wie gesagt, wiederschauen und reingehauen. Bis nächstes Mal, Leute.